Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Identity Five. Mit dabei ist wieder die zauberhafte Lea und wir sind auf der noch relativen Map, neuen Map, aber so neu ist die gar nicht mehr. So, ich werde jetzt die ganze Zeit hier bleiben, damit ich hier nicht sterbe. Ach, ihr ruhig mal euer Kahn, ich werde jetzt mal gespannt, welchen Killer wir jetzt haben. Alles klar. Gut, ihr Rudolf. Tschüss, das war's mit der Folge. Gib'n einen Like. Tschüss. Jesus will help me. Oh. Oh. Äh. Gung. Essen ist fertig. So. Weiter geht's. So, neuer Zeitungsartikel. Schlagzeile. Der Killer sheetet wie die Pest. Wir lernen grad in Deutsch, wie man einen Zeitungsartikel schreibt, also in Python, also Fake und so. Fake News? Das macht ihr in der Schule? Oh Gott. Was stimmt nun mit deiner Schule nicht? Das ist wirklich so eine Übung. Was stimmt denn mit deiner Schule nicht? Also ich glaub, ich muss da mal vorstellig werden und die Schule verklagen, was ihr da alles immer so lernt, ey. Oh. Nur noch ein Generator. Wir sind ja fix heute. Ich guck mal diese Aussicht. Ja. Oh, Romeo. Oh, Romeo. Oder auf der anderen Seite. Das Meer. Ach, wie schön. Was ist denn das da hinten? Ey, komm, dass du ganz freilich und geil bist, um den Klirscher zu schauen. Das ist wahrscheinlich... Ne, ich habe keine Ahnung was das ist. Wollen wir den Kerl hier oben ganz weit noch beobachten? Ich meine, wir haben schon die 30. Generationen. Kannst du schon irgendetwas erkennen, Captain? Äh, äh. Äh, äh, Bäume, Bäume, ich sehe Bäume. Ui, ui. Bäume? Oh Gott, alle Mann an Deck! Da sind Bäume! Ich bin bereit. Ihr seid bereit. Schiwawa. Ich sehe einen Killer dahinten. Sehen Sie ihn auch? Ein Killer? Oh, shit. Oh, äh. Geißen. Oh, wir haben Geflügel über unseren Köpfenketten. Was machen wir jetzt? Essen. Schön Braten ausmachen. Lecker. Geflügel. Wie wir das synchron machen. Ja, jetzt stehen wir hier. Wir müssen diese Bewegung, äh, besprechen. Also so, als ob wir wirklich in den Figuren drin sind. Okay? Ja. Hm, holt der Killer. Siehst du ihn schon? Ich finde ihn nicht. Oh Gott, ich habe solche Angst. Ich habe... Ich habe solche Angst. Oh! 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 Eher. Oh! Ich... Ich kenne dich. Oh! 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 ich rette dich na komm her Rudi Rudolf was ist denn mit dem los ja du bist wieder entkommen hurra wir sind alle entkommen ja also tschau oh war das geil gerade oh wie fix das heute wieder geht oh Gott oh Gott wie sehen die Beine denn aus also halt mal deine Nase zu und versuche aus der Nase zu atmen also so raus zu pusten das hört sich mal komisch an okay ne mach ich nachher oh Gott ich habe eben schon wieder dieses Fliegen summen gehört aber es ist diese Map okay hör mal wieder auf dein neuen Map spiel ich nicht hab keine kostetüten dabei für die Karoselle ich schon ich lade dich ein hast du Kacktüten dabei hast du Kacktüten dabei ich nehme meine Kacktüten ich nehme meine Kacktüten ja es ist die Geesha 얘 ja ne ne ähhh Was mache ich denn da? Oh, sehr toll. Ja, die Geisha hat mich nur so, by the way. Hey, was macht die denn da? Dreht sie noch eine Extrarunde, oder was? Ich habe was drüben. Ja, ich habe keinen Bock. Ja, verpiss dich. Du bist scheiße. Die scheatet auf jeden Fall. Und das nicht nur in ihren Schlübber. Ja, ich schüttel ihm jetzt mal so ein bisschen meine Base. Dankeschön. Ich stecke dich. Ich stecke dein Hintern, weil es nur meiner ist. Ja, geil. Komm her, ich will dich betatschen. Betatsch mich. Touch me, touch me. Wie geht das? Kein Touchpiel. Irgendwie so. Ich nehme auf die Toilette. Was war das denn? Touch it, touch it. Anybody, girl, touch it. Hey, warum hat sie jetzt auch von mir abgelassen? Weil hier noch jemand ist in dem Verbeugten. Und ich bin hier noch immer noch im Vertragen. Ja, geil. Läuft bei dir, ey. Scheiße. Ich denke gerade alles mit. Ich habe Angst, wenn er die Schranktür öffnet. Oh. Oh. Ach, der Ding ist natürlich wieder unten. Hipp. So, jetzt mache ich mich auch mal nützlich hier. So, neuer Artikel. Die Geisha verfolgt unschuldige Leute. Und setzt sie auf den Frauenarztstuhl. Bäh. Oh Gott. Das hört sich ja so an, als wenn der Typ kotzt. Oh, ich bin die Geisha. Und ich schleide hier durch die Gegend. Die sieht so aus wie so ein Staubsauger. Staubsauger, Geisha. Und Bäh. Hä, wir haben doch schon alle fertig. Ausgang ist offen. Schaffst du es? Nein, ich sehe dich. Oh, die Geisha ist bei uns. Scheiße. Ich musste gehen. Was, die hat dich durch die Wand gekriegt? Die ist durch die Wand ausganggelaufen. Hä, wie assi. Hä? Hä? Boah, ey. Was macht die denn da? Holst sie sich einen runter? Das hört sich voll pervers an. Ich weiß nicht, ich werde gleich einfach los sein. Du schaffst das. Ich drücke dir die Daumen. Let's go. Ja, die steht da einfach nur rum. Ja. Die hat voll geschießt, ey. Aber richtig, ey. Boah. Richtig hart gehört. Oh. Oh Gott. Huch. Ich glaube, jetzt muss ich meinen Kilo weglegen. Mach das. Ja. Ach, dann schaffen wir ja noch eine Runde. Läuft ja wie am Schnürchen hier heute. Kaum sag ich das, dauern die Wartezeiten wieder länger. Toll, Eihau-Lin. Ganz große Klasse. Hä? Das sind die gleichen wie eben? Echt? Ja. Wie geil. Wie geil. Boah, wie geil. Die gleichen schon wieder. Geil. Ja, moin. Oh, die neue Map. Hi, Haul-Lin. Also, Jule. Ja. Wir treffen uns da, wo die Achterbahn ist. Das ist easy. Da bin ich gleich. Ich weiß nicht, wo das ist. Warte auf mich. Oh, der Killer ist da und das ist der Fisch-Heini. Boah. Okay. Wo ist das? Ich bin gerade am Generator neben dem. Neben der Achterbahn. Ja, ich seh dich. Moin. Gut. So, bereit? 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 Oh, willst du mich verarschen? Ah, ich kann nicht. Scheiße. Ganz große Klasse. Also, ich mach jetzt den Generator. Soll man hier rumkommen, gleich? Ach, komm, wohnen. Nö, nö, streng dich doch mal an. Strenk dich doch an, hier. Schöne Babs. Komm mal jetzt. Hä? Are you ready? Ich sitze noch nicht jetzt. Leute, seid ihr bereit? Drei, kommt der Killer? Ja, ich glaube schon. Tschüss. Wo ist die Gärtnerin? Süße, nicht? Geht er unten abkaufen? Oder eher essen? Siehst du das? Ja. 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 Ist es zu schlimm? Ähm. Warte, jetzt. Wie geil. Wie geil. Der Killer ist da unten. Hallo, Killer. Hallo, wir haben Spaß und du nicht. Der Hunter ist close. Oh Gott, gleichzeitig bin ich noch alleine. Ach, du sitzt, hä? Sitzst du drin? Ja. Wie süß das aus? Können wir zusammen? Nee, schade. Nee, schade. Nee, schade. Nee, schade. Nee, schade. Nee, schade. Okay, das war's. So. Ey, ey, ey. Nicht hängeln. Mal gucken, ob man sich verbargt hat. Vielleicht können wir den Ausgang schon öffnen. Der Killer ist in der Nähe. Der Killer ist in der Nähe. Und er ist unter mir. Was macht der Mann? Mit gar gar nichts. Ich versuche zu rutschen. Ah, ah. Auf, auf, auf. Was macht der Mann? Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ich komme, ich komme. Ich komme. Ich komme. Nein! Boah geil, rückwärts bin ich nach der Bahn auch noch nicht gefahren. Aber du warst drinnen, oder? Ja. Ja. So, ist hier in der Nähe ein Generator? Ich guck auch schon. Ah, der Claire ist jetzt da hinten. Okay. Weil dann haben wir in der Nähe die Achterbahn. Ich glaub, ist hier drin eine. Ja, aber der wurde schon gemacht. Oh, da hinten siehst du die Puppe. Ja, hab ich schon gesehen. Oh, komm runter, der Rutsch. Oh, wir sind nur noch die Einzigen. Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Scheiße, 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 scheiße. Bist du bei deinem Achterbahn? Lauf, 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 lauf. Ich sitze gleich, jetzt sitze ich. Los, let's go. Oh, wie geil. Einmal im Rückwärts. Aber die Kinder können auch immer mitfahren, das ist das Blöde. Ähm... Hat sich direkt hierhin geportet, ey. Okay, warte, 20 Sekunden müssten gleich wieder rum sein. Huch. Hä? Ich bin drin, lauf. Ich bin drin, lauf. Auf die Rutsche, auf die Rutsche. Ich bin auf der Rutsche. Hallo, Kinder. Vorsicht! Warte, 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 warte. Oh shit, der kommt hoch. Setz dich rein und fahr los! Kann das Blöde sein, dass er drin sitzt? Weiß ich nicht. Also er war weg. Also er hat sich direkt weggeportet, als du losgefahren bist. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt drinne saß. Ich bin drin, lauf. Ich bin drin, lauf zu vor. Oh, scheiß drauf. Hauptsache, wir hatten Spaß. Lass mich los, du Wichse. Ist mir doch scheißegal, ob der Park jetzt geschlossen wird oder nicht. Ich will weitermachen. Oh, du bist geschlossen. Bitte gehen Sie. Nein, ich will nicht gehen. Nein. Oh, wie geil. Das war ja nochmal ein richtig geiler Abschluss. Oh Gott. Das würde ich aber sagen, es reicht für ein Kass, ne? Ja, definitiv. Also dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bye. Bye, bye.